Wow, wow, Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Warte mal, ist das eine Riesenstatue von mir? Und, oh, ihr seid ja auch alle da, was steht denn auf eurem Schild? Happy Birthday, Emily? Oh mein Gott, stimmt, Freunde, heute ist mein Geburtstag! Und A-Ray TV hat einfach eine komplette Geburtstags-Map in Brookhaven für mich gemacht. Und, Freunde, schaut euch das bitte einmal an. Wie cool ist das bitte? Und ich glaube, ich habe gesehen, dass Lamy auch da ist. Oh, Happy Birthday, Emily! Oh, danke schön, Lamy. Und nochmal danke an all die anderen. Und vor allen Dingen an A-Ray TV, das ist auf jeden Fall richtig, richtig krass. Aber, Lamy, was sollen wir uns als erstes angucken? Ich habe auch schon ein bisschen gesehen, dass in einigen Gebäuden ein paar coole Sachen drin sind. Wollen wir einfach mal mit dem Kuchenkampf starten? Naja, ich meine, das ist ja dein Geburtstag. Deswegen darfst du dir heute alles aussuchen. Und, ähm, ja, ich wäre eigentlich auch dafür, dass wir mit dem Kuchenkampf anfangen. Let's go! Okay, Freunde, dann wollen wir mal. Was muss man hier eigentlich machen? Lass mal. Alter, sag mir nicht, der Kuchen ist einfach eine... Der Kuchen ist eine Waffe. Oh, hä? Läu. Mein Kuchen ist einfach weg. Hey, wer hat mein Kuchen? Und du frisst das. Moment mal. Ja, haha. Oha, Lamy. Hast du etwa schon alle weggeschnetzelt? Ja, die haben alle den Kuchen aufgegessen. Oha. Okay, ich würde sagen, dann schnetze ich dich jetzt weg. Oha, Moment mal. Nein, das kaste dich. Haha. So, Freunde, und wir werden natürlich in jedes Gebäude gehen und schauen, ob es hier ein... Oh, komm, schön, ein cooles Secret... Äh, ey, lass mich doch mal durch, Freunde. Und hier, hier leuchtet etwas, aber... Oh, ich hab doch noch einen bekommen. Oh, ein Luftballon. Let's go. Warte mal. Kann man damit hochfliegen? Juhu. Alter, wie cool. Hä, hilf. Ich, ich fliege in die Luft. Ich... Oha, oh Gott. Au. Oh, Mann, Freunde. Jetzt ist mein Luftballon einfach kaputt. Aber, Lamy, ich würde sagen, lass uns einfach mal alle Geschenke finden. Denn ich sehe hier schon wieder was aufleuchten. Und warte mal, hier ist ein Mädchen, das sagt hier Glück, Emily. Oh, danke schön, Aichi unterstrich 80. Oh Gott, oh Gott. Und ich glaube, auf der... Äh, oh, okay, was ist jetzt passiert? Und ich glaube, auf der ganzen Map sind einfach Personen aus unseren Discord-Verteilen, die mir alles Gutes zum Geburtstag wünschen. Deswegen, Freunde, werden wir uns das alles mal anschauen. Aber, Lamy, ich hab einfach keinen Trank abbekommen. Oh, schau mal, ich hab auch einen bekommen. Komm, jetzt bin ich ganz lila. Yeah. Oh Gott, oh Gott. Was ist denn hier los? So viele lila Personen. Am liebsten... Warte mal, der Platz ist frei. Ich hol mir jetzt auch noch einen Trank. So. Äh, hallo? Ähm, ah, jetzt. Okay. Einmal trinken. Oh, let's go. Oh, ich fühl mich wie eine Blaubeere. Alter, ist das cool. Okay, lol. Lol, was geht denn hier ab? Alter, hier fahren schon einige mit diesem Roller rum. Oh, wow. Okay, da wurde ich einfach mal wieder an den Spawn geschickt. Oh, wow. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich kann gar nicht fahren. Ich hab gar keinen Führerschein. Ähm, okay. Hey, Emily. Du musst mal zur Feuerwehrwache fahren. Äh, ja, würde ich gern. Ich komm sofort. Okay, Lamy, dann zeig mir mal, was hast du hier gefunden? Äh. Das ist die Eisbacke-Challenge. Oh, was ist denn jetzt los? Let's go. Alter, ich wurde einfach eingefroren. Hilfe. Ja, das ist die Eisbacke-Challenge, Emily. Okay, wenigstens hab ich die Challenge jetzt geschafft, Lamy. Das war wirklich eisig kalt. Aber gibt es hier noch ein paar Sachen, die wir uns angucken wollen? Ähm, wo wollen wir als nächstes hingehen, Lamy? Hm, wir müssen auf jeden Fall noch... Moment mal. Wie wär's, wenn wir einfach mal hier zum Kindergarten gehen? Okay, mal schauen. Und ich sehe schon wieder einige Leute. Emily, happy birthday. Hab immer eine schöne Zeit. Oh, dankeschön, Kitze-Cat-Roblox. Und was geht hier eigentlich ab? Was geht hier ab, Alter? Feuerwerk. Let's go. Ich wurde einfach in die Luft gesprengt. Oh Gott, oh Gott. Woher habt ihr das denn her? Ich seh gar nichts mehr. Ich bin auch blöd. Oh Mann. Okay, richtig cool. Oh Gott, oh Gott. Ich glaub, ich muss mal rausgehen. Denn da hinten hab ich jemanden gesöhnt. Der kommt mir ziemlich bekannt vor. Alles Gute. Vielen Dank für das superschöne Jahr. Oh Mann, A-Ray TV. Ich danke dir, wenn du hast diese Map innerhalb von, ich glaube, zwei Tagen erschaffen. Also, richtig, richtig krass. Und ich seh gerade, hier ist einfach eine Obby. Und da hinten steht ganz dick Emily auf dem Berg. Ja, Eisbacke-Challenge. Oh Mann, jetzt bin ich wieder eingefroren. So, Freunde, dann wollen wir mal schauen, was in der Schule abgeht. Hier ist wieder jemand, der mir alles Gute wünscht. Danke dafür. Okay, der hat... Oh, was ist das denn? Oh Gott, was passiert jetzt, Freunde? Äh, Alter. Einfach ein Feuerwerk. Abgefahren. Richtig cool. Ah, daher hatten die anderen das. Hier ist auch die Edison. Die wünscht mir auch alles Gute. Danke dafür. Aber, Lami, ich würde sagen, sollen wir einfach mal zu der Obby gehen? Oh, aber sowas von. Aber ich wurde wieder mit der Eisbacke-Zelle dominiert. Und du jetzt auch. Pass auf, Emily. Okay, dann wollen wir mal schauen, Freunde. Oh Gott, diese Obby sieht gar nicht so leicht aus. Ihr wisst ja, ich bin der übelste Obby-Profi. Und deswegen... Oh Gott, wie schaffe ich es dir, das da oben hochzuspringen? Oh, krass. Okay, was ist das hier? Das sieht aus wie Eis. Oh, ich glitsche rum. Bist du das, Lami? Ja, guck mal, ich kann einfach rumfliegen. Alter, ich habe dich gar nicht mehr gesehen. So weit warst du einfach in der Luft. Aber okay, das ist wirklich easy. Und schau mal, die sind sogar meine Lieblingsfarben. Dieses helle Blau und dieses Pink. Richtig schön. Oh, da bist du ja. Willst du nicht einfach mal vorgehen? Na gut, es ist... Oh, links. Oh, sehr stark. Okay, jetzt muss es ja recht sein. Oh, ja. Okay, ich gehe mal als erstes drüber. Da muss ich nicht den Schwung von den anderen ablegen. Oh Gott. Oh. Das hat niemand gesehen, Freunde. Ich bin gerade nicht... Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Mann, oh Mann. Und was sehe ich da? Wow. Alter, guck dir das mal an. Einfach ein fliegender Emily-Teppich. Hier. Oha. Wie abgefahren ist das denn? Den nehmen wir uns direkt auf. Oh. Alter. Das ist richtig cool. Ich fühle mich wie Aladdin. Okay, Freunde, wir schauen uns mal dieses coole Emily-Schrift auf dem Berg an. Ja, ja, ihr wisst schon, was ich meine, beziehungsweise ihr seht es ja. Das ist einfach mega abgefahren. Und da hinten ist einfach eine Rennstrecke, Lamy. Oh, da müssen wir auch gleich hin. Aber, Freunde, ich gehe noch mal in die ein oder anderen Gebäude rein. Oh, aua, okay, ähm, so, und ich sehe hier, die Emily wünscht mir noch alles Gute zum Geburtstag. Danke auf jeden Fall an dich. Dann wünsche ich mir der Leon noch alles Gute zum Geburtstag. Ähm, ich glaube, dein Aberock-Rucksack ist runtergefallen. Oh Mann, oh Mann. Und was sehe ich hier? Ist das etwa ein E-Scooter? Hey, ich möchte den auch haben. Alter, Lamy, guck dir das an. Alter. Oh, oh, aua, okay, okay, die sind wirklich schnell. Oh, zeig mir mal deinen Moves. Äh, meine Moves, okay, guck dir das an. Oh, warte, ich habe hier nichts unter Kontrolle. Nee, nee, das, das wird nichts. Und? Wow, Alter, hast du das gesehen? Ich bin da wie ein Profi durchgefahren. So, Freunde, dann wollen wir mal hier reingehen. Was gibt's hier? Hier läuft jetzt wieder rosa. Ein paar Luftballons. Okay, mal gucken, was wir damit machen können. Hey, meine Luftballons, die sind einfach weggeflogen. Oh, da habe ich sie ja wieder. Und hier oben sehe ich wieder jemanden stehen. Und zwar den Moritz wünscht mir alles Gute zum Geburtstag. Auch danke an dich, lieber Moritz. Okay, Emily, aber schau mal hier. Hier wünscht dir auf jeden Fall Kater noch alles Gute zum Geburtstag. Aber nicht nur das, sondern hier gibt es noch einen leckeren Emily-Kuchen. Was? Du hast mir den geklaut. Gib den sofort wieder. Oh, dann habe ich ihn ja abgefahren. Was können wir damit wohl machen? Ey, die wirft einfach ihren Kuchen weg, Lamy. Okay, Freunde, und wir fliegen als letztes zu der coolen Rennstrecke. Und ich sehe schon rosa und pinke Autos. Das bin ich da drauf. Oh, mein Gott, Lamy, guck dir das mal an. Auf den Autos sind einfach mein Körper drauf. Wie cool ist das denn? Wo bist du eigentlich? Ah, da kommst du ja, Lamy. Oh, ja. Und ich habe eine Idee, Emily. Und zwar, wie wäre es, wenn wir das so machen? Wenn du das Rennen gewinnst, dann schenke ich dir zum Geburtstag noch mal 10.000 Robux. Äh, auf die Plätze, fertig und los, Lamy. Oh, Alter, ich dachte, irgendwie die Autos fähren schneller. Hey, hey, was warst du da? Oh, Gott, ich war rückwärts. Oh, nein. Jetzt bin ich sogar hinter, Lamy. Würdest du mich gerade wegdrücken? Nein. Das ist mit Zufu, Lamy. Pass auf, wenn du nicht auffasst, dann überhole ich dich und... Oh, ich dachte, ich hätte es wirklich geschafft, Lamy. Oh, ich habe es geschafft. Nein, 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 nein. Was machst du denn, ey? Du Loser. Und mein Reifen ist geplatzt. Nein, 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 nein. Mein Reifen ist geplatzt. So, Freunde. Ast 09, Saar, wünschen wir auch noch alles Gute zum Geburtstag. Danke auf jeden Fall dafür. Aber, Lamy, oh, da fliegt das Geschenk rum. Traust du dich, noch eine Runde Kuchenschlag mit mir zu spielen? Natürlich, guck mal, ich kann auf meinem Motorrad fliegen Juhu Okay, pass auf, dass du hier auf jeden Fall keinen Schaden einrichtest Das ist ein Geburtstagsgeschenk für mich Okay, ich würde sagen, der Gruppenkampf kann beginnen Ähm, Lami, wo bist du und was ist mit dem Mädchen los? Das ist Randolf Ja, ist doch richtig, Randolf ist ein kleines Mädchen Oh Mann, oh Mann, ich mach dich jetzt fertig Ah, nein, oh Mann, oh Ey, das war mega cool, jetzt werde ich sie noch umschnitzeln Yeah, haha, ich bin einfach die Beste Okay, noch sie umschnitzeln, komm schon Ja, nicht geschafft Aber an die ganze Emily Army und an die Lami Army natürlich auch Freunde, ihr müsst Emily auch ein Geschenk machen Indem ihr einfach dem Video einen Daumen nach oben gebt Und, ähm, ihr müsst auf jeden Fall abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt Das ist ganz, ganz wichtig, Freunde Und das wäre auf jeden Fall das tollste Geburtstagsgeschenk, was ihr Emily machen könntet Aber, Freunde, falls euch dieses coole Roblox-Video gefallen hat Dann lasst doch unbedingt den Daumen nach oben da Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verfassen Moment mal, ich hab noch ein Geburtstagsgeschenk für uns alle Und let's go! Oh, nein, oh Mann, oh Mann, wir machen alles Kaka Na ja, Freunde, ich freue mich, wir sehen uns beim nächsten Video wieder Und tschüss! Ciao, oui!